Ziege, Stier, so gut. Das ist spannend zuzuschauen. Deswegen bin ich ja eigentlich da. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gorilla Games bei der Lilla Gorilla Show. Ich bin die Valentina Walle und heute habe ich zu Gast die liebe Katja Wagner. Du bist ja quasi aus dem Haus. Absolut, ich hab das nicht leid. Genau, erzähl mir mal, was machst du so für alle, die dich nicht kennen? Ja, ich bin aus dem Haus, also ich bin bei der Kronenzeitung und bin hier Moderatorin und schreibe auch wöchentlich eine Kolumne zum Thema Innen- und Gesellschaftspolitik. Sehr gut. Falls ihr ein Grunzen oder ein Tapsen hört, das ist die liebe Heidi, die dicke Heidi, der Hund von der Katja. Also nicht wundern, die schwirrt hier ein bisschen rum und leistet uns Gesellschaft. Wir arbeiten an der Bikini-Figur, also das wird schon noch. Die ist so süß. Oh Gott, du bist so cute. Kurz nochmal zum eigentlichen, warum wir hier sind. Und zwar werde ich dich heute auf eine andere Art und Weise herausfordern. Du bist ja sehr gut im Reden, das hast du ja schon in deinen Jobs bewiesen. Heute machen wir etwas, wo wir nicht reden dürfen und zwar spielen wir Pantomime. Wir haben hier die Begriffe und wir werden versuchen uns gegenseitig vorzupantomieren und der andere muss es erraten, um den Punkt zu bekommen. Oh shit. Juhu. Die Begeisterung ist ja süchtlich ins Gesicht geschrieben. Wir werden jetzt noch das Setup umändern, das heißt für euch wird sich gleich etwas ändern und dann legen wir los. So, würde mir die wenigstens... Heidi, nein. Wie weit sind wir noch... Wir haben... Also das heißt, wir drehen jetzt wieder weiter. Liebe Sarah, jetzt geht's weiter. Sarah. Sarah. Das ist die Katharin. Ich kommuniziere gerade mit dir in der Vergangen-, in der Zukunft. Wir haben 30 Sekunden Zeit, du als Gast bitte beginn und zieh ein Wort. Oh Gott, oh Gott. Einer. Okay, eins, zwei, drei, los. Stier, Ziege, Ziege, Stier, Kuh, 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 Kuh Heißband, Kuh Herz, Kuh Herz, Kuh Herz, Kuh Brust, Kuh Busen, Kuh Alter. Ja, genau, Kuh Busen. Danke, dies. Kuh Glocke. Ja. Okay, geil. Oh Gott, wie gut. Wie gut. Was kriegt eigentlich der Gewinner? Eine... Ich hoffe ein Auto, und deswegen bin ich eigentlich da. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Keine Ahnung was du siehst, also ich hoffe du errätst das. Wurm? Ahhhh. Wurmwirbel. Wurmtornado. Ah, das ist eins. Hä? Drehwurm. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Oh, das ist beschwinglich. Moment. Oh Gott, okay, ich hab's wieder. Ich muss mich in die Gegenrichtung machen. Perfekt! Ah, das war easy. Super. Das hast du jetzt 1-1, dann bist du wieder dran. Heidi! Sie mag mitspielen. Heidi, nein, das machen wir nicht. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ja, das... Das gibt's nicht. Doch, du schaffst das. I believe in you. Du kriegst den Punkt, wenn du es errate. Wenn ich es errate, genau. Dann muss ich mir eigentlich keine Mühe geben. Doch, musst du! So dürfen wir nicht spielen. Wir versuchen ehrlich zu sein. 1, 2, 3, los. Fliegen. Flug. Flugzeug. Vogel. Fliege. Schmetterling. Ja. Schmetterling. Ähm... Schmetterlingsangel. Nein. Schmetterlingsfangen. Schmetterlingsblick. Schmetterlingsnetz. Schmetterlingssieb. Schmetterlings... Du bist ein Schmetterlingsfänger? Ja? Schmetterlings... Schmetterlings... Ich sage ja, das Wort gibt's nicht. Schmetterlings... Was ist es? Jäger. Schmetterlingsjäger. Ja, sicher gibt's das. Schmetterlingsjäger. Ja, okay. Ich hab keinen Schmetterlingsjäger. Ich glaub schon, dass es das gibt. Ich glaub schon. Wir werden's googeln. Und werden's einblenden. Was macht ein Schmetterlingsjäger? Schmetterlinge fangen. Da gibt's ja so Sammler wahrscheinlich. Ob's ein Sammler oder ein Jäger... Pfff... Ist doch eher dasselbe. Das hab ich nicht erraten. Also steht's immer noch. 1,1. 1,1. Ah, okay. Das sollte nicht so schwer sein. Mhm. Valentina. Oh Gott! Okay. Ich mein, das ist spannend zuzuschauen. Schmusen. Knutschen. Liebe. Freund. Beziehung. Heidi. Weihnachten. Das kann ich mir so schlecht verdauen. Ich hab gedacht, das ist viel einfacher. Das war ein Liebespaar. Ach so. Ja, zwei heißt doch das zweite Wort. Ja, ich hab das dann auch gemerkt, dass das nicht so schön gezeigt war. Liebespaar? Nein, das war eigentlich ziemlich gut gezeigt. Was? Auf jeden Fall sind wir immer noch bei 1,1. Die nächsten Runden machen wir jetzt schwieriger. Und zwar nur noch 20 Sekunden. Oh Gott. Dafür gibt's zwei Punkte, wenn man's errät. Also. Ich hab mir noch nicht gesagt, was ich gewinne. Oder was wir gewinnen. Ich schenk dir unten in der Cafeteria ein Gummizeugs. Ja. 1,2,3, los. Rauchen. Kettenraucher. Ja. Ah. Yes. Ja. Ja. So gut. Harte Konkurrenz. Ja, ich bin schon gut. Warte, lass mich nachdenken. Was kann ich da machen? Was kann ich da machen? Soldat, Flugbegleiter, Steward, Stewardess, Soldat, ähm, Soldatenflugbegleiter. Nein. Was war das? Was war das? Ich probier's jetzt weiter, okay? Einfach nur, damit ich dir eine schönere Chance gebe. Aber ich hab's glaub ich nicht so schön gemacht. Das ist sehr gut. Ähm. 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 Flugbegleiter. Ähm. Nein, das ist nix mit Fliegen. Okay. Au. Heidi, das war mein Bein. Heidi. Ich krieg's nicht mehr hin. Das war ein Verkehrspolizist. Ah. Ja, mit viel Fantasie. Mit sehr viel Fantasie. Verdammt. Okay. Was war das? Das war ein Auto. Ach so. Weil ich gemerkt hab, du bist die ganze Zeit mein Flugbegleiter und ich so, okay, es geht um Autos. Das soll ein Auto sein? Das ist der Verkehr, der sagt dann halt so, hallo und da, hier und stopp und und, hallo und da, hier und stopp und und, ja, wie auch immer. Hat nicht funktioniert. Aber, aber ich find deine Mühe und deine Anstrengung extrem bemerkenswert. Ja, ich schwitze auch sehr. Also letzte Runde. Das spricht nichts mehr für mich, oder? Drei Punkte wert. Ah, das ist aber echt schwierig. Keine Ahnung, wie ich das mache soll. Okay. Eins, zwei, drei. Sind wir platziert richtig? Sind wir platziert richtig? Wenn ich das nicht errate, hast du gewonnen. Bemühe dich trotzdem. Was? Affe. Winken. Gehen. Vorhang. Affenvorhang. Affenbaby. Affenbühne. Affenverbeugung. Affen. 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 Mach mehr. Affen. Affen. Affenkühn. Theater. Affentheater. Ja, wie soll das gehen? Ich dachte, du hast so tolle schauspielerische Leistungen. Nein, überhaupt nicht. Das habe ich nie behauptet. Naja, das ist ja meine ausgezeichnete schauspielerische Leistung. Genau. Deswegen bin ich Moderatorin geworden. Aber immerhin hast du jetzt gewonnen. Das ist gut. Ja. Das hast du gut gemacht. Dankeschön. Und hast du schon mal Pantomime gespielt? Wirst du es jemals wieder spielen? Ich werde es nie wieder tun. Ich streiche das jetzt von meiner Bucketliste. Ich werde einmal Pantomime gespielt. Ich werde es nie wieder tun. Aus mir wird keine Schauspielerin mehr. Ich sehe es schon. Okay, also dann bleibst du bei der Moderation. Zu schade. Genau. Aber ich freue mich, dass du gewonnen hast. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich danke, dass du mit mir gespielt hast. Natürlich werde ich auch unten alles verlinken, was ihr von ihr finden könnt. Und ich freue mich, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst wieder. Auch wenn wir vermutlich nicht pantomimisch sind. Nein, das ist mit Sicherheit nicht. Dankeschön. Tschüss. Baba. Ciao.